Und ihr meint, ihr seid tough genug, bei Dwarven Settlement einzureißen? Hey, Wache, da wird unser Marktplatz angegriffen. Oh, das ist ein neuer Broken Surbane. Ah, ein neuer Trading Post, sehr schön. Genau, der Broken Surbane, da muss schnell weg, bevor noch mehr. Hast du Level 10 erreicht? Nein. Klang grad so. Oh, ich hab einen Mönch verloren, ich hab einen Mönch verloren. Ah, erstmal den Magic Bazaar upgrade. Und dann Healing Potions hier unten im Trading Post verkaufen lassen. Okay, Regenovation wäre nicht schlecht. Den Mönch ersetzen. Aber gut, die Zwerge haben da drüben den Sur Entrance eingerissen. Jetzt muss ich nur noch warten bis... Oh, Mann. Müssen wir zwei, nehmen wir noch den Red King finden? Zwar, da müssen wir die ganzen... Broken Surers, die noch herumstehen finden. Stärke Potions noch und dann sind wir gut dabei, was den Magic Bazaar angeht. Ich bin eigentlich fast schon gewillt, wenn ich meinen Palast abgegradet habe, mal auf eine Magiergilde zu sparen. Sehr schön. Ich hasse es, wie das ganze Geldfutsch geht, wenn eine Ratte einmal draufhaut. Ich sollte eigentlich hier neben dem Sur Entrance einfach einen Ballister Tower hinstellen und damit ist die Sache geregelt. Alles andere sieht okay aus. Ein Minotaure, ein vereinzelter, das ist nicht so schlimm. Du hast einen Firebomb eingeworfen und feuerst jetzt Feuerpfeile, das ist immer cool. Jetzt hast du aber keine Items mehr. Du hast aber Firebomb auf dich wirken als Enchantment. Das ist hoffentlich etwas, was dauerhaft wirkt. Gut, der Ballister Tower ist fertig. Eigentlich müsste ich auch die beiden Tempel mal abwenden, aber der Palast hat für mich gerade Vorrang, dass wir noch eine Palastwache kriegen, dass wir mehr Pestens und mehr Steuereintreiber kriegen. Okay, da ist wieder ein Wait. Aber der Wait wird an den weißen Stellen ziemlich stark. Ich werde schnell den Kaimler erstickt diesmal. Außer, dass sie meinen Marktplatz wieder schleifen bis zum Geht nicht mehr. Oh, und meine Wager giltet, das ist nicht schön. Ach ja, und von da oben kommen jede Menge Werte Puls. Ich würde gerne wissen, auf was der Ballister Tower gerade schießt, dass der keinen Schaden macht. Wahrscheinlich auf den Schaden, den wir da oben nicht gesehen haben. So, wir haben den Palast. Jetzt können wir die Wizard Guild errichten. Und den Agriela Tempel abwenden. Wir haben den Sovereign. So. Vier Werte Puls gegen eine Veteranen Garde. Ich glaube nicht, dass die Werte Puls eine große Chance haben. Die Werte Puls sind irgendwie Troll-Einheiten. Die machen nämlich bei normalen Einheiten keinen Schaden. Absolut kein Schaden. So, Library. Neue Garden. Und die Library hätte ich auch gerne. So. Und Magier. Pflück doch nichts da rum. So. Gärten sind komplett. Als nächstes die Bibliothek. Du kaufst gleich mal Healing Potions. Du hast deine Waffe verzaubert. Ja, hast du plus 1 auf Waffe drauf gemacht. Das ist gut. Erstmal den Agriela Tempel fertig aufgraden. Dann kommt die Magier-Gilde. Und dann das neue Tempel. Und zwischendrin natürlich die Library. Ja, Magier sind nicht gut im Nachkampf. Ja. 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 Ich will gerne welche zu benutzen. Ich will gerne welche zu benutzen. Weapon in Hearts Vets. Oh. Ja. Ja, das klappt hier doch eigentlich alles ganz gut, muss ich sagen. Okay, upgraden. Ich könnte theoretisch auch den Magic Passer noch mal upgraden. Aber erstmal auch die Live-Ruby upgraden. Die können nämlich ziemlich schnell eingerissen werden. So, dann hoffen wir, dass das restliche Gebiet noch, äh, aufgedeckt wird, das wird nicht mal. Die letzten Sur-Entrences finden und den Red King. Sovereign, ein Gebiet wurde aufgradiert. Äh, Flameshield. Ich frag mich, grad haben wir schon Paladin, ne? Tatsächlich, die hat eine Plus-Zweier-Rüstung. Das ist sehr nice. Sie hat noch gar keine Enhancements. Sie hat eine Plus-Eins-Rüstung. Und sie hat auch eine Plus-Eins-Waffe. Was ist mit euch? Du hast eine Plus-Zweier-Waffe, wow. Also ja, der Magier-Gehner, der rentiert sich auch definitiv. Als nächstes dann den Magic-Bazaar upgraden und fertig erforschen. Beim Augenblick können wir ja nichts anderes tun, als warten, dass unsere Ranger... ...den Rest der Welt aufdecken und wir den Red King finden. Solltest du mich eigentlich beunruhigen, dass wir... ...gerad keine Invasion mehr kriegen? Magic-Bazaar? Kann grad nicht abgegradet werden. Was für Zauber hast du eigentlich? Spells. Stoneskin, kannst du selber auf dich wirken. Oh, das ist cool. Okay.